Sie ist die große Hoffnung der Berlusconi-Gegner, Emma Marcegaglia, Stahlunternehmerin und Arbeitgeberpräsidentin. Ihre Autogramme sind bei einem Jugendkongress im Mailand heiß begehrt. Denn diese Frau bringt Silvio Berlusconi im Bedrängnis. Viele würden sie gerne als Politikerin sehen. Das Bad in der Menge, schon Teil ihres politischen Programms? Nein, es macht mir einfach viel Spaß, mit jungen Menschen zusammen zu sein. Es ist toll, mit ihnen über ihre Zukunft, ihre Ausbildung zu sprechen. Das liegt mir am Herzen. Emma Marcegaglia arbeitet als Managerin im Stahlbetrieb ihrer Familie im Mantua bei Verona. Gleichzeitig ist sie die erste Frau an der Spitze des mächtigen Industrieverbandes Confindustria und seit Wochen in den Zeitungen mit ihrer harschen Kritik an der Regierung. Von den meisten Wirtschaftsbossen erhält sie Rückendeckung. Ihren Widersacher Silvio Berlusconi hat sie auch in ihrem Büro stets vor Augen. Wir haben die Regierung sehr deutlich aufgefordert, etwas zu unternehmen, tiefgreifende Reformen endlich anzugehen, eine Steuerreform, Privatisierung durchzuführen. Auch eine Rentenreform. Wir fordern die Regierung auf, eine Kehrtwende im Land herbeizuführen. Die Marcegaglias zählen zu den wohlhabendsten Familien Italiens. Das Trio aus Schwester, Bruder und Vater lenkt den Stahlbetrieb mit mehr als 7000 Mitarbeitern einer der größten Europas. Sie produzieren Rohre, Autoteile. Ihr wichtigster Handelspartner ist Deutschland. Das Unternehmen wächst, auch in der Euro-Krise. Wenn die Stahlmanagerin und Arbeitgeberchefin auf den Euro zu sprechen kommt, klingt sie fast wie eine Politikerin. Es muss jetzt schnell entschieden werden, wie man Griechenland retten kann, wie man den Euro retten kann. Jetzt gibt es auch noch das Problem mit den Banken. Da müssen auf Euro-Ebene Entscheidungen getroffen werden, um die Euro-Krise zu lösen. Gleichzeitig muss Italien sein Teil dazu beitragen. Italien kann nicht erwarten, von den anderen gerettet zu werden. Ihre Amtszeit als Arbeitgeberchefin endet im Frühjahr nächsten Jahres. Dass sie dann in die Politik wechselt, bestreitet die Top-Managerin. Auch wenn es immer wieder Anspielungen gab, ich könnte zum Führer einer neuen Partei der Mitte werden, ich habe das immer deutlich dementiert. Das will ich nicht. Beim Jugendkongress im Mailand wirbt die Arbeitgeberchefin für eine neue, junge Wirtschaft. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für mehr Wachstum und neues Vertrauen ist die Teilnahme der jungen Generation. Die Jungen müssen mehr Mitsprache bekommen. Mehr als 20 Prozent der jungen Italiener sind ohne Job. Diese Schüler müssen sich auf harte Zeiten einstellen. Doch eine Frau wie Emma Macegaglia macht ihnen Mut und Hoffnung. Diese Frau weiß, was sie will. Sie ist bemerkenswert. Emma Macegaglia hat ein viel saubereres Image als die Politiker heute in Italien. Das finde ich sehr positiv. Leider sind wir in Italien total blockiert, meint sie. Viele Junge wandern aus. Die italienischen Politiker müsste man alle auswechseln. Von A bis Z. Emma Macegaglia hetzt schon wieder zum nächsten Termin. Mit Blaulicht und Personenschutz. Die mächtigste Wirtschaftsfrau Italiens wird hochgehandelt. Auch wenn sie dementiert. So mancher Italiener hofft, dass sie doch noch abbiegt. Auf die Regierungsbank. Bis zum nächsten Mal.